In den letzten Videos haben wir uns mit der Theorie von Kennzahlen und Kennzahlensystemen beschäftigt und haben dann einen tiefen Einblick bekommen, welche Arten es gibt, welche Merkmale, aber auch welche Stolpersteine und welche Fehler man machen kann. In diesem Video gehen wir jetzt ganz schnell in die Praxis rein und schauen uns mal an, wie baue ich jetzt tatsächlich so ein Kennzahlensystem auf. Das schauen wir uns am Bildschirm an. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Heute gehen wir in die Praxis und schauen uns genau an, wie man so ein Kennzahlensystem einfach aufbauen kann. Dazu habe ich entsprechend was für Sie vorbereitet. In einem meiner vorgehenden Videos habe ich die Steuerungsmatrix für Prozesse entsprechend vorgestellt, bei der unterschieden wird zwischen qualitativen und quantitativen Elementen, sowie von Zielen und Kennzahlen, die die Effektivität des Prozesses messen und die Effizienz. Effektivität heißt also die Zielerreichung. Wir wollen ja schließlich einen Effekt erzielen. Jetzt besteht ja das große Problem, dass die qualitativen Anforderungen sich nur schlecht ja auch in einem Kennzahlensystem abbilden lassen, einfach aus dem Grund heraus, dass es eben tatsächlich eine Beschreibung ist, oft mit Worten oder mit Fragestellungen. Ja, trifft die Kundenanforderungen oder ja, der Prozess erfüllt eben die Compliance-Anforderungen oder eben auch nicht. Und das lässt sich halt nur schwer in einen numerischen Wert abbilden. Wer sich die Matrix nochmal genauer anschauen möchte, für den habe ich hier unten nochmal das Video eingeblendet Prozesse steuern mit der Matrix. Das ist auf meinem YouTube-Kanal. Gucken Sie mal mit rein für ein paar Hintergrundinfos. Aber wie geht man jetzt entsprechend vor, damit man tatsächlich auch diese Anforderungen, die qualitativ zu beschreiben sind, in ein Kennzahlensystem abgebildet bekommt. Ich habe Ihnen jetzt einen Prozess vorbereitet, der in den meisten Unternehmen vorkommen wird. Und zwar ist es der Prozess Marktbearbeiten. So nenne ich ihn immer, weil es ein Zusammenspiel ist aus klassischen Marketing-Elementen. Nämlich es gibt einen Bedarf für Ihre Leistungen oder für Ihre Produkte am Markt. Sie müssen zuerst die Sichtbarkeit herstellen. Also das ist die Marketing-Perspektive in dem Prozess, dass Ihre potenziellen Kunden überhaupt wissen, dass es Sie als Ihr Unternehmen und Ihre Dienstleistungen überhaupt gibt. Das Ergebnis von dem Prozess Sichtbarkeit herstellen heißt dann eben in dem Fall, die Anfrage von einem Interessenten liegt vor. Also jemand meldet sich bei Ihnen, sei es am Telefon, sei es per E-Mail, sei es eben über entsprechende andere Kanäle und hat Interesse an Ihren Leistungen und an Ihren Produkten. Ihre Mitarbeiter im Vertrieb werden dann entsprechend ein Angebot erstellen. Hier beginnt dann die Vertriebskomponente, das Angebot ist verschenkt. Daraufhin prüft der Kunde das Angebot. Das heißt, Sie fassen vielleicht nochmal nach, Sie haben nochmal Erläuterungen zu Ihrem Angebot oder Ähnliches. Das heißt also Auftrag akquirieren und am Ende gibt es eben einen unterschriebenen Auftrag oder eben Vertrag. Also tatsächlich eine Auftragserteilung an Ihr Unternehmen. Und ich denke, dieses Zusammenspiel aus Marketing und Vertrieb, das kommt so ziemlich in jedem Unternehmen vor. Deswegen würde ich das jetzt ganz gerne als Beispiel nehmen wollen, wie wir jetzt hier ein Kennzahlensystem aufbauen können. Und jetzt überlegen wir uns eben, wie kann ich denn tatsächlich die qualitativen Merkmale, vor allem zur Effizienz und zur Effektivität tatsächlich darstellen in einem Kennzahlensystem. Und dafür gibt es eben einen Trick, den ich Ihnen gerne zeigen möchte. Dieser Trick heißt Reifegradmodell. Sie können also letztendlich jeden Prozess in einem Reifegrad bewerten, indem Sie einen Fragenkatalog durchgehen, um eben genau solche qualitativen Merkmale wie Zielerreichung oder Compliance eben entsprechend abzufragen. Und am Ende des Tages gibt es eben für den Prozess einen Reifegrad. Der beginnt eben bei 0, es ist noch nichts da, es gibt keine Prozesse, Ergebnisse sind nicht wiederholbar und nur vom Zufall bis hin zum Reifegrad 5 optimiert. Das heißt, Sie sind eigentlich Branchen- oder Industrieführer mit der Art und Weise, wie Sie Ihre Prozesse führen. Und zwischen dem Reifegrad 0 und 5 gibt es natürlich eine relativ große Bandbreite. Also wenn man sich mit Prozessmanagement noch nicht wirklich beschäftigt hat, wird man irgendwo zwischen 0 und 1 liegen wahrscheinlich. Sobald Sie beginnen, die ersten Schritte zu gehen, kommen Sie doch relativ schnell auf Reifegrad 2. Und wenn man es entsprechend systematisch macht, ist ein Reifegrad 3 mit einem überschaubaren Aufwand noch recht gut zu erreichen. Wie wird das Ganze jetzt eingeteilt? Dieser Fragenkatalog, der wird eben auf verschiedene Dimensionen angewandt. In dem Fall jetzt in meinem Excel-Makro hier gibt es eben die Dimension 1, Ziele und Kennzahlen. Da gibt es dann entsprechende Unterpunkte, nämlich Definitionen z.B. von Kennzahlen, Prozesse zur Messung und Überwachung und kontinuierliche Verbesserung. Es gibt natürlich auch Prozesse und Vorgehensweise selber. Es gibt die Rollen und Verantwortlichkeiten, Fähigkeiten und Kompetenzen, die wir brauchen von den Mitarbeitern, um den Prozess gut durchführen zu können. Wir haben Prozess- und Risikobewusstsein und die Kommunikation über dieses ganze Thema. Und am Ende des Tages natürlich auch Tools und Automatisierung. Ich zeige Ihnen jetzt mal so das erste Beispiel eben für Ziele und Kennzahlen. Das war die erste Dimension und da wird eben diesen Fragebogen, dass ich sage, sind alle Stackholder des Prozesses identifiziert? Also kennen wir eigentlich alle, die irgendwas mit dem Prozess zu tun haben? Das können Kunden sein, auch interne Prozesskunden. Es können Lieferanten sein, es sind vielleicht Verantwortliche von angrenzenden Prozessen, Abteilungsleiter und Ähnliches. Und wenn ich das weiß und alle diese Prozesse identifiziert sind, dann kann ich das eben entsprechend mit Ja beantworten. Sind alle Anforderungen, die an den Prozess gestellt werden, identifiziert und priorisiert? Also haben wir uns strukturiert darüber Gedanken gemacht, was diese Stakeholder eben, die wir in der ersten Frage schon identifiziert hatten, eigentlich von dem Prozess wollen? Gibt es da also entsprechende Anforderungen, die eben schon formuliert worden sind? Und sind eben auch von diesen Anforderungen an den Prozess Ziele abgeleitet worden? Zum Beispiel eine bestimmte Stückzahl oder eine bestimmte Termintreue oder Ähnliches. Und auf diese Art und Weise können Sie eben entsprechend diesen Reifegrad bewerten. Das hätten wir eben den Reifegrad 1 erreicht. Sobald einmal ich weiß nicht oder nein angekreuzt ist, heißt dann eben, dass dieser Reifegrad noch nicht erreicht ist. Es müssen also alle Fragen mit Ja beantwortet sein, um den Reifegrad entsprechend abzuschließen. Sie sehen, das ist ein relativ umfangreicher Katalog. Und wenn wir jetzt hier auf den Button weitergehen, dann sehen Sie hier eben tatsächlich, dass wir den ersten Reifegrad hier erreicht haben. Und jetzt kann man auch den entsprechenden Zielreifegrad festlegen. Und abhängig von dem Zielreifegrad, den Sie festlegen, werden hier noch die offenen Punkte aufgelistet, die wir erfüllen müssen, um den Reifegrad eben entsprechend zu erreichen. Ich mache das mal exemplarisch jetzt. Die Zielsetzung haben wir die 1 erreicht, da kann man schlafen auf die 2 gehen. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann kommen nur noch die Fragen, die ich machen muss, um eben die nächsten Reifegrade, eben zum Beispiel in dem Fall 1 und 1, bei der kontinuierlichen Verbesserung und bei den Prozessen zur Messung und Überwachung zu erreichen. Und eben vielleicht für die Zielersetzung, wenn ich die 2 haben will, muss ich diese Fragen noch alle entsprechend beantworten. In den anderen Dimensionen haben Sie ebenso Fragestellungen. Zum Beispiel ist der Prozess identifiziert oder zumindest in einer unstrukturierten Art und Weise erfasst. Gibt es Prozessauslöser und Ähnliches. Gibt es eine Ablaufdokumentation, also ein BPN-Modell zum Prozess. So finden Sie eben Fragen durch die verschiedenen Kategorien eben von diesen jeweiligen Dimensionen. Und am Ende des Tages können Sie sich auch eine Überblicksauswertung anschauen. Sie sehen hier eben mit dem hellblau, das ist der aktuelle Reifegrad, haben wir hier die 1 erreicht. Und den Zielreifegrad können wir entsprechend einstellen, je nachdem, wo wir eben stehen. Auf der Ergebnisseite sehen wir es eben, dass wir noch keinen höheren Reifegrad erreicht haben, weil wir in der gesamten Dimension Ziel- und Kennzahlen noch nicht wirklich weitergekommen sind. Jetzt machen wir mal exemplarisch, hier stellen wir auch mal die 1 ein, dass wir es geschafft hätten. Wir haben jetzt hier den Zielreifegrad 1 zum Beispiel erreicht. Und wir sehen jetzt in der Überblickseite zum Beispiel, dass wir hier jetzt den Reifegrad 1 eben entsprechend erreicht haben. Insgesamt haben wir nur den Mittelwert, einen Reifegrad von 0,17, weil wir natürlich in den anderen Dimensionen die Fragen nicht beantwortet haben. Auf diese Art und Weise können wir eben auch die qualitativen Merkmale eines Prozesses abfragen. Und wenn ich es hier einblende, zum Beispiel haben wir schon mal einen entsprechenden Teil mit Reifegrad, zum Beispiel in dem Fall 2,1, als erstes Kennzahl, die wir auch mit einem numerischen Wert ausdrücken können in unserem Kennzahlen-Dashboard oder in unserem Kennzahlen-Baum. Welche weiteren gibt es noch, die ich entsprechend empfehlen würde? Gehen wir zu unserem Prozess rein. Natürlich empfehle ich immer die Ergebniskennzahlen, wie viele unterschriebene Verträge oder Aufträge haben wir denn entsprechend. Das können wir gleich wieder zupacken. Zum Beispiel ist die Ergebniskennzahl hier von Vertragsunterschrieben, wie viele abgeschlossene Verträge gibt es denn eigentlich? Natürlich ist dann jetzt ganz spannend, dass wir uns überlegen, wie viele Anfragen gab es denn eigentlich überhaupt? Zum Beispiel gab es 250 eingegangene Anfragen. Und jetzt sehen Sie, wir haben jetzt hier entsprechend was verloren. Zwischen eingegangenen Anfragen und abgeschlossenen Verträgen gibt es eine Differenz. Und wenn wir das Ganze ins Verhältnis setzen, haben wir eine Abschlussquote. Und das ist auch eine ganz wesentliche Kennzahl, um zu schauen, wie effektiv ist denn tatsächlich mein Prozess der Angebotserstellung und der Auftragsakquirierung, dass ich am Ende des Tages eben tatsächlich Aufträge erhalte. Und da haben wir eine Quote eben nur von 40%. Das wäre jetzt zum Beispiel schon der erste Trigger, wo ich als Verantwortlicher von diesem Prozess hergehen würde und sagen, was können wir eigentlich tun, damit wir die Abschlussquote eben entsprechend erhöhen können. Weitere Kennzahlen, die ich jetzt in diesem Fall für den Prozess auf jeden Fall mit erheben würde, ist das Thema Durchlaufzeit. Die Durchlaufzeit ist für den Prozess Angebot erstellen, denn den können wir wirklich selbst tatsächlich beeinflussen. Von Anfrage liegt vor bis zum Angebot, das wir schickt. Wir sind in meinem Beispiel zum Beispiel 15 Tage. Was passt jetzt noch gut zum Thema Durchlaufzeit, um Ihnen das auch exemplarisch zu zeigen? Die Bearbeitungszeit, wie lange dauert es tatsächlich, um ein Angebot zu erstellen? Zum Beispiel ist die durchschnittliche Bearbeitungszeit zur Erstellung eines Angebotes vier Stunden. Und aus den beiden Kennzahlen, Durchlaufzeit erstellen, von dem Angebot erstellen von 15 Tagen und der Bearbeitungszeit, können wir jetzt die Prozesseffizienz berechnen. Das ist das Verhältnis aus der Bearbeitungszeit durch die Durchlaufzeit. Und hier ist auch immer die Frage, wie gehen wir mit Zeiten um, in denen nicht gearbeitet wird? Wochenende oder außerhalb von Schichten zum Beispiel oder Feiertage? Es zählt nur die reine Durchlaufzeit. Wann ist der Zeitstempel gewesen, wann die Anfrage vorlag? Und wann war der Zeitstempel, wann das Angebot versendet war? Der gesamte Zeitrand dazwischen ist die Durchlaufzeit. Denn den Kunden interessiert es üblicherweise nicht, ob es gerade eben Nacht ist oder ein Samstag. Und dazu bilden wir natürlich das Produkt aus den 15 Tagen und den 24 Stunden pro Tag. Und dann stellen wir fest, dass als Wert 0,011, 1,1 usw. rauskommt. Letztendlich sprechen wir von 1,1%. Das heißt, 98,9% ist der Prozess ineffizient. Eine Prozesseffizienz ist tatsächlich nur mit 1,1% angegeben. Und das wäre doch jetzt ein schöner Beispiel auch dafür, wie man eben mit Kennzahlensystemen arbeiten kann, um seine Prozesse zu bewerten und auch entsprechend Verbesserungsmaßnahmen voranzutreiben. Denn Durchlaufzeit ist ja nichts anderes als ganz, ganz viel Warte- und Liegezeiten. Wir haben gesehen, nur vier Stunden lang wird an einem Angebot entsprechend gearbeitet. Aber 15 Tage lang hat es gedauert, bis es entsprechend versendet war. Also 356 Stunden lag das entsprechend die Aufgabe irgendwo in einem E-Mail-Postfach, in einem Schreibtisch oder wo auch immer. Und nur vier Stunden lang ist wirklich daran gearbeitet worden. Auf diese Art und Weise können Sie tatsächlich hier, nochmal zurück auf die Matrix, Ihre entsprechenden Kennzahlen wirklich bilden. Reifegrad tatsächlich für die qualitativen Kennzahlen und tatsächlich berechnete Kennzahlen eben hier aus den quantitativen. Wir haben gesagt, Durchlaufzeit, Bearbeitungszeit, Prozesskosten könnten Sie natürlich auch nochmal dazu buchen. Aber die Ausschussrate und das Output-Volumen sind auch zum Beispiel ganz wesentliche Punkte. Und die Ausschussrate hatten wir entsprechend auch uns angeguckt, indem wir gesagt haben, die Abschlussquote sind eben tatsächlich nur 40%. Letztendlich sind 60% der versendeten Angebote eben nicht angenommen worden. Das ist eigentlich Prozessausschuss. Auf diese Art und Weise haben Sie mit relativ wenig Aufwand eigentlich sehr schöne überblicksmäßige Kennzahlen, eben ein Kennzahlensystem tatsächlich zu der Steuerung Ihrer Prozesse. Und wenn wir jetzt davon unterstellen, dass alle Ihre Tätigkeiten, die Sie im Unternehmen vornehmen, in irgendeiner Art und Weise in Prozessen abgebildet sind, dann bekommen Sie letztendlich auch für Ihr gesamtes Unternehmen einen guten Überblick über Ihre entsprechenden Leistungsfähigkeiten und Ihre entsprechenden Prozesse. Wenn Sie das Thema Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit nochmal genauer anschauen wollen, auch dafür habe ich natürlich Videotipps dazu. Zeiterfassung im Büro ganz easy oder eben auch tatsächlich die Aufgaben bezogene Zeiterfassung im Büro. Das sind zwei Videos, die ich Ihnen entsprechend empfehlen kann, Sie nochmal genauer anzuschauen, wie komme ich denn tatsächlich an Zeitstempel und an entsprechende Werte, die ich dann später in meinem Kennzahlensystem verarbeiten kann. Da sind auch schöne Tools mit dabei, die ich vorstelle, um sich das Ganze einfach das Leben etwas leichter zu machen. Wie denken Sie jetzt über diese Kennzahlen, die ich jetzt hier in diesem Beispiel tatsächlich mal vorgestellt habe? Würden Sie es genauso machen oder haben Sie andere Kennzahlen bei sich im Unternehmen? Da bin ich sehr gespannt drauf. Schreiben Sie es mir gerne in Ihre Kommentare rein. Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder